Halleluja, nach Ostern, was kommt danach? Oh, das ist wunderbar, nach Ostern kommt Weihnachten. Ja, nach Ostern, was kommt danach? Wir gehen in all diese Feiern, diese Zeit des Feiern, und wir gehen in diese ganzen Schmerzen, und wir finden heraus, dass Jesus uns freisetzt, davon gebunden zu sein, und er uns zu sich bringt, und wir finden heraus, dass er unsere Gedanken freisetzt, er dreht Tische um, in unseren Herzen, und er bereitet unsere Herzen vor. So, jetzt hat er unseren Körper bekommen, er hat unsere Gedanken bekommen, und er hat unsere Herzen vorbereitet. Was kommt jetzt? Vater, wir danken dir so sehr für diesen Morgen. Wir beten für deine Kraft und deine Frieden, dass er in unserem Leben demonstrieren wird. Vater, nutze jeden Einzelnen hier, dass er ein Instrument von dir sein wird. Die Kraft Gottes demonstriert deine Liebe so stark, in unserer Mitte, damit wir dich kennen, und wir wissen, dass du Gott bist. Wir danken dir, treuer Gott. Du bist gut. Du bist excellent. Deinen Namen über allen anderen Namen. Wenn wir deinen Namen rufen, dann wird sich alles verändern. Wenn wir deinen Namen rufen, dann werden Dinge besser. Vater, wir danken dir so sehr, dass niemand gleich hier rausgeht. Ich bete, dass mein Herr und Gott, dass dein Frieden in unserem Leben demonstrieren wird. Vater, dass Heilung eintreffen wird. Freisatzung wird eintreffen. Freude wird eintreffen. Wir danken dir so sehr, mein Herr und Gott, dass du ein treuer Gott bist. Herr Jesus, wir danken dir so sehr. In Jesus' Namen. Amen. Könnt ihr Gott einen Applaus geben? Und lasst uns einmal ins Johannes-Evangelium gehen, Kapitel 21. Lasst uns von 2 bis 9 lesen. Wir werden heute 4 lesen, also macht keine Sorgen, aber es wird funktionieren. Wir lesen also von Johannes Kapitel 21, Vers 2 bis 9. saints. Kommt zu 5. Wirいえば die? Wir werden das letzte에서도, es wird not only ESJífer, 이는 w covenant auf chercheure, wir werden Informationen zum Beispiel minded. ... Hol kommst er der finalement. Gold zuower. Großen und konsumt mal uns herumowa Sachen. Wir werden un beljeren Junge zurastyigung, und organisiert schonbetbar jetzt klation. Wir sollen. mother hierév�, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das Gehör, zog er seinen Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte. Es sprang ins Wasser und stammert auf nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf dem Fische blüten. Das Thema dieser Botschaft habe ich nach Ostern, was kommt danach gesagt. Nach Ostern, was kommt dann? You see, we, as I said earlier on, we prepare our mind, we prepare our heart, we give our body to Jesus. Und wir wissen, wie er uns liebt. Er ist ans Kreuz gegangen, er ist uns gestorben. Und am dritten Tag ist er wieder auferstanden von dem Tod. Und jetzt hat er seine Jünger besucht. Er hat sie gerufen und hat sie Freunde genannt. Er hat sie Kinder genannt. Und dann hat er sie besucht und ist dann wieder weggegangen. Ich meine, die Jünger haben sich gefragt, was ist passiert? Wir dachten, dass du zurück bist. Dass wir das Königreich Israels wieder aufbauen. Wir dachten, du bist zurück. Wo bist du hingegangen? Wo warst du bestimmt? Wo bist du hingegangen? Er hat sie in dem Oberraum besucht. Während die Tür und alles geschlossen war. Aber Jesus stand trotzdem auf einmal in dem Raum. Jesus stand in dem Raum. Und sie haben sich gefragt, wer bist du? Er hat gesagt, ich bin es. Du kannst es sehen. Du kannst die Nägel in meinen Händen sehen. Ich bin es, Jesus. Aber dann auf einmal ist er wieder verschwunden. Und die Jünger waren ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Sie waren beunruhigt. Also, waren sie dann eines Tages dort. Und Petrus hat gesagt, ich werde fischen gehen. Oh, einige Pastoren predigen so, und ich verdamme diese nicht. Und ich sage nicht, dass das, was sie sagen, nicht wahr ist. Aber ich stehe da auf der Offenbarung, die ich aus diesem Vers bekommen habe. Petrus hat gesagt, ich gehe fischen. Andere Leute sagen, dass Petrus zurück zur Welt gegangen ist. Dass er wieder zurück zur Welt gegangen ist. Dass er wieder zurück zur Welt gegangen ist. Aber ich bin damit nicht einverstanden. Durch die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, sage ich nicht, dass Petrus zurückgegangen ist zu seinem Leben voller Sünde. Aber er hat Jesus eigentlich vermisst. Ich werde euch das beweisen. Petrus hat Jesus vermisst. Er hat das vermisst, wo Jesus ihn getroffen hat. Er hat das vermisst, wo Jesus gekommen ist und gesagt hat, Petrus, kannst du mir dein Boot ausleihen? Er hat diesen Tag vermisst. Er hat diesen Moment vermisst. Er hat diesen Moment vermisst. Er hat das Gefühl gehabt, dass Jesus ihn verlassen hat. Er hat ihn vermisst. Weißt du was? Petrus hat Jesus so sehr geliebt. Er hat Jesus vermisst. Er hat Jesus vermisst. In einiger Weise, er hat gesagt, Jesus, selbst wenn ich für dich sterben müsste, dann würde ich für dich sterben. Ich würde für dich sterben. Er hat ihn so sehr geliebt. Er hat ihn vermisst. Er hat gesagt, nein, ich werde zurückgehen zu dem Ort, wo ich ihn getroffen habe. Ich werde zurückgehen an den Ort, wo er sich mir bewiesen hat. Ich werde zurückgehen an den Ort, wo er mir seine Liebe gezeigt hat. Ich werde zurückgehen an den Ort, wo er mich gerufen hat. Er hat gesagt, ich gehe zurück, um zu fischen. Ich bin nicht abgerutscht, aber ich vermisse meinen Retter. Ich bin nicht abgerutscht, aber ich vermisse meinen Herr. Ich bin nicht abgerutscht, aber ich vermisse meinen König. Ich vermisse meinen Jehova. Ich vermisse meinen Prinzen. Ich vermisse meinen Jesus. Ich vermisse ihn. Ich möchte gerne zurückgehen. An den Ort, wo er mich gerufen hat. An den Ort, wo er mich getroffen hat. So, you see. Jesus hat sich an all diese Dinge erinnert. An all diese Jahre, die er mit Jesus gelaufen ist. Er hat Jesus gesehen. Wie er ihm gesagt hat. Petrus, hast du Fische bekommen? Er hat gesagt, wir haben nichts bekommen. Er hat gesagt, wirft das Netz nochmal aus. Und du wirst etwas fangen. Und sie haben das Netz nochmal ausgeworfen. Und sie haben so viele Fische gefangen. Und Petrus ist dann zu Jesus gekommen. Er hat gesagt, Jesus, geh von mir weg. Wenn du weißt, wo die Fische sind. Dann weißt du auch alles in mir. Und weil du mir alles zeigst, was in mir ist. Jesus, vermisse ich dich. Ich werde zurückgehen. Zu dem Ort, wo ich dich gesehen habe. Manchmal ist es in unserem Leben genauso. Nach Ostern, was kommt dann? Nachdem du die Schule abgeschlossen hast. Was kommt dann? Du hast das Gefühl, als ob alles einfach aufhört. Du weißt nicht, wie du weitergehen sollst. So, Peter ist thinking about all those miracles that he has seen Jesus doing. Und Petrus denkt über all diese Wunder nach, die er getan hat. Und now, what is ahead of him? So, he stuck in between. Und dann ist er dazwischen gewesen. That is our life today. That is what I'm going to preach about. Das ist das, worüber ich heute predigen werde. Er war dazwischen. I saw Jesus. Raising up dead. I saw Jesus. Healing the brine. I saw Jesus. Letting people walk. I saw Jesus. That people are giving their life to him. Jesus preached the good news. Of the kingdom of God. And many people believed. But now. What else? I finished my education. What else? I get a job. What else? I get married. What else? My husband died. What else? My wife died. What else? I want to travel. Yes, you travel. What else? If I get my PhD. If I get my PhD. If I get my Master degree. If I finish my Bachelor. Yes, you did it. You have it. What else? If I get my PhD. If I get married. If I get married. If I get married. Now you get married. You are in between. You don't know what to do. You miss something. You miss something. When I get my driving license. Hey. Daddy, you know what? I will drive you there. I will bring you there. Hey, hey, hey. Forget it. You get your driving license. What else? You get all what you want. What else? And Peter is standing in between. He has seen Jesus. Performing miracles. And all the miracles. That he performed. Through and shows. That it's a miracle. That it's a miracle. But yet come. He's standing there. Now the one before the miracle is gone. And he's standing in between. What should I do? I can hear from my ears. My daughter called me. Daddy. I can't spike my car. Yeah, you get your driving license. Daddy, my crotch. I don't know. Yeah, 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 yeah. You get your driving license. What else? Now the one performing the miracle is not there. You are standing there. You don't know what to do. So you think. I miss my daddy. I miss my daddy. I miss my daddy. I miss Jesus. I miss Jesus. I will go back. I will go back. To where? To where? He met me. Where he met me. Peter said. Peter said. I'm going in. I'm going in. For fishing. He's not by slide. But he's going for fishing. He wants something to eat. Yes. You travel. Because you want to travel. Now you have travel. What can you do? Do something that you can hold to it. Don't try to say, I am a... Hold what you can hold to. And do something. Yes. You have finished your PhD. But you haven't got your professional work yet. That is the challenge. You are standing in between. You don't know what to do. He said now. I will go back. To do something. That will fill my stomach. I will do something. so that I will get something to eat. We are hungry guys. Are you not hungry? He said. Hey Peter. We are hungry. We will go with you. So they decided to go with him. They fished the whole time. They don't get anything. I believe that day. That on the sea day. That on top of the sea. Peter will remember Jesus so much. That Peter will remember Jesus so much. Not again. Three years now. This didn't happen to me. I went for fishing. I didn't get anything. Three years now I'm here. three years and now I'm here. Fishing. I'm not getting anything. Three years now. The time I didn't get anything. Somebody came to me. And he said. Peter. Did you guess something? He said no. He said cut. Throw your net in the right place. And you will guess something. And he did it. And the net was full. And the net was full. Peter will remember Jesus so much. I believe that Peter will be in tears. While he was at the boat. While he was standing there. While he was standing there. He will be in tears. Not again. Not again. Not again. What am I going to do? Was soll ich jetzt tun, Peter? Was ist das? Wo ist dieser Wundermacher? Wo ist mein Retter? Wo ist mein Erlöser? Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt tun soll. Oh ja, manchmal habt ihr das Gefühl, als ob ihr gerettet seid. Aber manchmal sind da Dinge in euren Gedanken. Und ihr habt das Gefühl, als ob ihr nicht wisst, wo ihr steht. Wie soll ich diese Situation überwinden? Es ist zu viel für mich. Ich kann es nicht überwinden. Ich weiß nicht, wie ich damit weitermachen soll. Es ist zu tief. Ich habe das Gefühl, ich möchte weinen. Meine Gedanken sind voll. Ich bin müde im Leben. Ich kann es nicht mehr schaffen. Ich bin müde im Leben. Petrus saß dort. Er war in seinem Boot. Und war beunruhigt. War beunruhigt. Sie haben nichts gefangen. Und dann auf einmal haben sie eine Stimme gehört. Sie haben eine Stimme gehört. Und in der NRW-Version heißt es Freunde. Aber in der King James-Version heißt es Kinder. Also ihr könnt es aussuchen, wie ihr es wollt. Ich mag Freunde. Freunde, habt ihr etwas bekommen? Habt ihr etwas gefangen? Und sie haben gesagt, nein. Also in dem Moment, in dem Petrus diese Stimme gehört hat, wusste er, wer spricht. Denn er hat diese Stimme vorher schon mal gehört. Er hat diese Stimme schon mal gehört. Kann ich euch etwas sagen? Nach Ostern. Hey, come on. Nach Ostern sind so viele Dinge, die in deinem Weg passieren. Aber du musst das Wort haben. Die Stimme, die du vorher gehört hast. Die Stimme, die du vorher gehört hast. Das hat deine Gedanken verändert. Dass du ein Christ wirst. Das hat deine Gedanken verändert. Dass du ein Wiedergebordener wirst. Das hat deine Gedanken verändert. Dass du ein Gläubiger wirst. Hör auf diese Stimme. Petrus kannte diese Stimme genau. Denn er hat die Stimme vorher schon mal gehört. Diese Stimme, wie sie ruft. Lazarus. Komm vor. Er kannte diese Stimme. Er kannte diese Stimme. Er kannte die Stimme, die gesagt hat, du blinder Mann, wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Du wirst die Herrlichkeit dort gesehen. Er hat diese Stimme gesehen. Er kannte die Stimme Jesu. Er kannte die Stimme deines Vaters. Er wusste, dass es nicht so was ist. Er wusste, dass dein Erlöser lebt. Und aufgrund dessen hat er nicht aufgegeben. Er hat das getan, was er tun sollte, um seinen Erlöser zurückzubekommen. Freunde, habt ihr etwas gefangen? Er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, wirf das Netz nochmal aus. Ich mag Petrus. Lass mich über diesen Mann predigen. Er hat sich nicht getraut, das Netz zu werfen. Aber er hat selber in das Wasser gesprungen. Er hat gesagt, tut egal, was ihr tun wollt. Aber ich habe die Stimme gehört. Ich habe die Stimme gehört. Und ich werde zu dieser Stimme gehen. Ich habe jemanden gehört, der gerufen hat. Und ich muss zu dieser Stimme rennen. Und ich weiß, dass diese Stimme, dass diese Stimme, die Stimme, die gerufen hat, die Stimme ist, die auf dem Kreuz gerufen hat. Mein Vater, mein Vater. Ich kenne diese Stimme. und ich wusste, dass diese Stimme, die Stimme ist, die auf dem Kreuz gerufen hat. Ich kenne diese Stimme. diese Stimme, die gerufen hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Ich habe diese Stimme vorher schon mal gehört. Ich werde zu dieser Stimme hinrennen. Und ich kenne ihn. Ich habe die Stimme schon mal gehört. Und wenn du die Stimme Gottes hörst, dann mach dein Herz nicht schwer. Ich sagte, wenn du die Stimme Gottes heute hörst, dann mach dein Herz nicht schwer. Denn er steht dort, klopft, und er ruft, und sagt, mach dich bereit. Petrus hat nicht gewartet, um das Netz auszuwerfen. Er ist der Stimme entgegengelaufen. Ich werde euch beweisen, dass Jesus über euch nachdenkt. In dem Moment, wo ihr darüber nachdenkt, ich habe jetzt meine Ausbildung fertig, was kommt danach? Ich bin verheiratet, was kommt jetzt danach? Oder alles, was ich davor gesagt habe. In dem Moment, wo du über all das nachdenkst, bereitet er einen Weg für dich vor. Könnt ihr dafür klatschen? Ich habe gesagt, er bereitet einen Weg für euch vor. Er bereitet einen Weg für euch vor. Du bist beunruhigt. Du bist müde. Und du hast das Gefühl, als ob du es nicht weiter schaffst. Und du weinst Tag und Nacht. Und du hast das Gefühl, als ob es vorbei wäre. Als ob du es nicht mehr annehmen kannst. Aber ich habe gesagt, er macht einen Weg für dich. Er öffnet einen Weg für dich. Einen Weg. Also, warum ist Peter? Aber Peter ist nicht wie ich. Denn ich würde niemals ins Wasser springen. 100 Meter lang. Vergesst mich. Nein, vergesst. Ich werde das nicht machen. Ja, okay. Auch im Schwimmelpool. Auch im Schwimmelpool würde ich nicht reinkommen. Aber Peter ist nicht wie Alex. So Peter hat entschieden, ich weiß, wie ich schwimme. Ich warte jetzt nicht auf euch anderen. Ich warte jetzt nicht auf das Boot. Ich werde einfach schwimmen. Denn ich habe eine Stimme gehört. Habt ihr die Stimme schon mal gehört? Habt ihr Jesus schon mal gehört? Wie er gesagt hat, ich liebe dich. Ich werde einen Weg für dich machen. Habt ihr eine Stimme schon mal gehört? Wenn ihr diese Stimme noch nie gehört habt, dann sage ich euch jetzt heute. Er hat gesagt, ich bin Jesus. Ich werde einen Weg für euch machen. Ich werde etwas Besseres für euch vorbereiten. Ich werde etwas vorbereiten, was so großartig für euch ist. Ich werde etwas vorbereiten, was ihr nicht einfach so machen könnt. Ich werde etwas vorbereiten, was euch viel geben wird, dass es so viel ist, dass ihr nicht mal darüber nachdenken könnt. Ich bin Jesus. Und ich gebe euch diese Stimme heute. Hört diese Stimme zu. Und diese Stimme wird euch segnen. Er sagt, ich bin Jesus. Und Petrus hat angefangen zu schwimmen. Er ist geschwommen. Und ist gegangen. Wenn er diese Stimme gehört hat, er ist zu dieser Stimme hingerannt. Und während er da war, hat er jemanden gesehen. der dort sitzt. Und der ein Feuer gemacht hat. Und ein Barbecue gemacht hat. Oh, oh, oh. Ich mag diesen Mann. Er hat ein Barbecue vorbereitet. Fisch. Wo hat er das herbekommen? Ich habe gefragt, wo hat Jesus diese Fische herbekommen? Er hat morgens ein Feuer angezündet. Er hat morgens ein Feuer angezündet. Und hat Fisch dorthin gelegt. Ah. Jesus. Alles klar. Wir waren im Boot auf dem Meer. Und in dem Meer waren keine Fische. Nichts. Absolut nichts. Wir haben nichts gefangen. Wo hast du diese Fische her? Und wisst ihr was? Als Petrus und der Rest der Jünger da hingekommen sind, als sie das Netz ausgeworfen haben, hat Jesus so gemacht. Als sie das Netz ausgeworfen haben, hat er so gemacht. Als sie das Netz ausgeworfen haben, hatte er einen Haken. Und hat gesagt, du sollst uns schauen, wer mehr Fische fängt. Es ist egal, wie deine Situation ist. Wenn Gott dich nutzen möchte, dann wird er dich nutzen. Es ist egal, wo du bist. Wenn Gott dich gerufen hat, dann wird er dich auch nutzen. Es ist egal, wie groß, wie groß, wie gut deine Ausbildung ist. Du warst noch nicht, oder egal, ob du schon mal in einem Klassenzimmer warst. Wenn er dich gerufen hat, dann wird er dich nutzen. Bereite dich vor. Mach dich bereit. Ich habe gesagt, mach dich bereit. Er ist dabei, etwas zu tun. Er ist dabei, dein Leben zu verändern. Er wird deine Bestimmung ändern. Er wird etwas Gutes in dein Leben bringen, wo du überrascht sein wirst. Ich habe gesagt, nach Ostern, voller Überraschungen, let me answer my question. I said after Easter, full of surprise. Yeah. Full of surprise, because he knows who he is. He is God. the God who provides. God who cares. But one thing I like from disciples, after all this, they didn't take their hope away. They didn't try to serve any other God. but they still know their God. They still know Jesus. Let me encourage you today. Whatever situation you are passing through, don't look for another God. Hold to your God, that you are serving. His name His name is Jesus. His name is Emmanuel. His name is the Lord of Lords. His name is the King of Kings. The mighty one. The everlasting father. The prince of peace. He died and rose again. And he said, I am sitting at the right hand of God, the father. intercede for you. I am God. I am the one. Don't look for another God. Don't think it's somebody who is disturbing you. You remember the time Peter and the rest of the disciples were on the boat one day and the wind was so much strong and then Peter saw or the disciples saw somebody coming and immediately they saw somebody coming they direct their attention by saying it's a ghost. Instead of saying Lord they said ghost so they direct their attention on something else. And then Peter stood there and said who is this? He said it's me and the disciples said no. So Peter said if it's you then let me walk. And then Peter started walking but while he was walking he started looking at the wind and because looking at the wind he started sinking he lost the focus he took his focus away from Jesus can I tell you something? Don't take your focus away from Jesus don't think the situation that you are in it is wishcraft is devil is Satan is no don't take your focus away even though you are in that situation but focus on Jesus and know that Jesus you are my Messiah Jesus you are my Lord you can take me out of this situation focus on him but this time Peter has learned so now he heard the voice and he didn't ask any questions because he knew that it is Lord I said after Easter hey full of surprise full of surprise as a full of surprise this year you will see great miracles in this church you can receive it and take it for yourself I said this year you are going to see a lot of miracles in this church because we have made our mind that nothing else but Jesus we have made our mind that nothing else than Christ and because of this you will see Peter now has learned he said I'm not going to ask who are you I'm not going to look at the wind I'm not going to look at anything but I know the voice and that voice is Jesus I'm running towards that voice it's Jesus so now because Jesus is thinking about you he has already prepared something for you Jesus asked Peter Peter did you catch something he said no we didn't catch anything he said go back and help the rest Peter went there and they couldn't pull the neck it's full again oh another surprise I said another surprise another miracle Jesus you know what I miss you because that is the place you get me you brought me back again today after three years you proved to me that you are the Messiah you proved to me God is going to prove to somebody to know that he is God he's going to prove to you that he is the Savior he's going to prove to you that he died and he dropped up again because he is God he is God he went back he went back he went back and then the disciples had so many fish and the disciples had so many fish that they don't know how to pull it that is how it's going to happen in your life your problem is so bad that even sometimes you feel that you shame to share with people sometimes you feel bad to talk about your situation but I'm here to tell you he's going to give you surprise he's going to give you surprise great surprise because you have too much inside you you have too much you have you hide in your room crying sometimes you sit in the bus crying sometimes you sit in the bus and crying you are driving crying sometimes you fährst and you crying you have so much you have so much but now he said I've come back to you I'm here with you Ich werde dich freisetzen aus diesen Tränen. Du wirst diese Tränen nicht mehr sehen. Ich werde dir etwas Besseres geben. Ich werde dir etwas Gutes geben. Wir werden diese Woche nächste Woche weitermachen. Könnt ihr aufstehen. Könnt ihr einmal aufstehen. Ich möchte euch etwas sagen. Ich weiß, ihr habt Probleme. Und ich weiß, ihr wisst nicht, was ihr machen solltet. Dein Retter ist weg. Er ist auf dem Kreuz. Er hat dich einmal besucht. Und er ist wieder gegangen. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Das Leben ist schwer. Das Leben ist schwer. Dinge, die nicht gut laufen, in deinem Körper. Krankheiten, die dich so viel stören. nicht so doll. Und sie bringen dich runter. Und einige Dinge laufen vielleicht nicht gut. In deiner Arbeit. In deiner Ausbildung. In deiner Ehe. In deiner Familie. In deinem Geschäft. In deiner Kirche. In deiner Welt. Aber ich bin hier, um euch zu sagen, dass unser Retter eingetroffen ist. Jetzt habt ihr die Stimme gehört. Und die Stimme sagt, Freunde. Kinder. Könnt ihr dieser Stimme antworten? Und wisst, dass er euch liebt. Das ist der Grund. In deiner tiefen Enttäuschung. Die Zeit, wo du zurückgegangen bist, um zu fischen. Und du nichts gefangen hast. Das ist der Moment. Wo er zu dir kommt. Er wird mit dir sein. In deiner Enttäuschung. Ich habe gesagt, er ist mit dir. In deiner Enttäuschung. Lobpreis-Team, könnt ihr einmal nach vorne kommen? Er ist mit dir. Er ist Jesus. Ich möchte euch einfach diese Möglichkeit geben. Vielleicht habt ihr noch nicht bekannt. Zu Jesus vorher. Und ihr seid hier. Könnt ihr dieses Gebet nach mir sprechen? Denn ihr seht, dass Jesus der Herr ist. Ihr habt gesehen, dass er euch liebt. Wir haben das Bild gesehen, welches unsere Mutter uns gezeigt hat. Am Anfang vom Gottesdienst. Dein Leben fühlt sich so an, als ob du in einer dunklen Welt bist. Als ob du in einer dunklen Welt bist. Und du siehst kein Licht. Aber wenn Jesus sich das öffnet, dann zeigt sich das Licht. Schöne Blumen zeigen. Und in diesen schönen Blumen hat er dir bewiesen, hat er dir bewiesen, dass er ans Kreuz gegangen ist. Und das Tiefe daran ist, ist, dass er dich liebt. Vielleicht hast du noch nicht bekannt. Lass uns dieses Gebet in diesem Moment beten. Herr Jesus, ich akzeptiere dich als meinen persönlichen Retter. Ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich habe herausgefunden, dass nur du es bist. Und niemand anderes. In diesem Moment öffne ich mein Herz dir. Komm in mein Herz. Sei mein Herr. Und sei mein Retter. Sei mein Beschützer. Sei mein Freund. Sei mein Alles. Herr, ich brauche dich mehr als je. Ich sehe das Licht, wie es auf das Leben von jemandem kommt. Ich sehe das Licht, wie es auf das Leben von jemandem kommt. Derjenige, der sich in der Dunkelheit fühlt, dass du in der Dunkelheit bist. Das Licht ist auf dich gekommen. Das Licht ist auf dich gekommen. Und es wird dir etwas geben. Es wird dir etwas Gutes geben. Du stehst dazwischen. Du weißt nicht, was du tun sollst. Du bist verwirrt. Nach dem, was kommt dann? Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Ich bin verwirrt. Du weißt du weißt. Du weißt du weißt. Und wir singen das Song. Sie wissen, dass ihr euch nicht auf nichts anderes fokussieren solltet und ihr fokussiert nur auf Jesus ihr fokussiert euch auf was ihr denkt was euch stört was ihr denkt kann euch zerstören was ihr denkt kann euch töten was ihr könnt euch zerstören Musik 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft! Jesus ist Gott! Und wenn er sagt, dass er es tut, du kannst den Weg vielleicht nicht sehen, aber er wird einen Weg für dich machen. Du kannst den Weg nicht sehen, aber er wird die Situation verändern. Er verändert die Situation. Er verändert die Situation, denn er ist Jesus. Oh, will du ihn auf diesem Moment klatschen? Wir sollten wissen, dass er alle Dinge tun kann. Und während du dieses Lied singst, ist er bereit, zu bepräist. Preis ihn. Preis den Herrn. amarhin, und only Gott, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised